guten morgen herzlich willkommen zu einem neuen video in der holz in der holzsaison genau herzlich willkommen was denn hat aufgefahren naja den ganzen dachboden mal ich habe ich habe jetzt heute machen wir showdown hier liegt alles voll geisteskrank und zwei die noch im wald heute geht es primär um den kollegen mit dem kollegen wobei die hat zwei pf glaube ich ne 2,2 und 2,3 und 2,3 genau makita und nicht zu vergessen die legende ist wieder am start 2,7 ps hier da geht es richtig ab jungs da jetzt richtig ab medel ist natürlich auch jetzt wollen wir gucken was denn überhaupt also primär eigentlich ging es um diese beiden so weil das ist ja nun mal die ps 35 glaube ich von stolmar ursprünglich gewesen das ding nennt sich makita 46 10 dsc dcs 46 10 und die huskwander 135 die waren glaube ich ich glaube die huskwander war sogar noch billiger ich weiß es nicht mehr die habe ich glaube 2013 zu geburtstag bekommen aus der familie raus als geschenk und ganz billig vom fachhändler und die hier meine ich dass die immer so um ich glaube die ps 32 mit 1,8 ps die lag auch immer so bei der 200 euro range ich glaube die lag bei 300 wenn ich täusche da berichte ich mich gerne mal das kann ich euch nicht sagen immer unten in die kommentare immer ganz wichtig in die kommentare schreiben das ist wichtig und richtig und der springende punkt ist ja nun mal was können die kollegen gewichtstechnisch habe ich die beide schon geworfen jetzt aber wieder ein dass die wiegen beide gleich also 5,5 kilo wiegen die beide folge tankt obwohl die etwas massiver aussieht genau wiegt aber eigentlich das gleiche muss man auch sagen von der verarbeitung her die deutlich schöner hier muss ich drei schrauben lösen um an die luftfilter ranzukommen das hast du das schön mit clips haben wobei du sagtest die neue hat er auch mit schrauben wieder was soll das um diese bajonett schrauben sind glaube ich jetzt voll in aber das ist doch viel geiler ja ist ja bei der 261 auch das sind ja auch über diese bajonett schrauben oben drauf stimmt ja was ist das denn ja was vielleicht ist es ja vibrations besser oder keine ahnung vielleicht sind die immer mal gebrochen aber einfach kostengünstiger kann auch sein wir machen auf jeden fall heute den kaltstart test von den beiden und wir wollten mal wieder ihr kennt das anstamm ja richtig genau nur da zeigt man was die können das ist einfach so richtig beide haben frische kette die kette ist auch so gut wie neuer kannst du auch nichts sagen richtig sechs mal pumpen steht hier drauf vor prima ist ganz geil dann hast du hier den multi schalter nach oben der ist auch nicht schlecht genau und unten nur ein switch kill schalter und geht dann wieder die damals schon in der preis damals schon genau genau dann haben die immer geworben oder patentiert mit dem x-torque das soll eine drehmoment verstärkende maßnahme sein im ansaugtrakt keine ahnung also vergaser versus ansaugtrakt müssen wir mal sehen so schock ist an wir gucken mal was wir hier zustande bekommen einmal dreimal ziehen eigentlich immer so bei dir sehen geiles gerät kann man ja anders sagen einmal den kill schalter feld klasse und dann werde ich mir mal die dolmer zu gemüte ich werde die auch mal sechs mal pumpen genau steht nichts drauf das ist schon mal cool insgesamt wie gesagt sie sieht klobiger aus als sie eigentlich ist sie ist jetzt nicht die ist kein schwergewicht haben hier oben jetzt gerade aktuell die schockstellung genau da drunter die einstellung und aus richtig aus hier und da gibt es auch noch ein schloss zeichen ganz oben ist ein aus dann ist ein gerastet genau das ist nur ein gerastet aus das habe ich so auch noch nicht gesehen aber auch schon mal cool dass sie ein tasse hat ja haben wir im baujahr 2010 2010 also auch schon 14 ja 14 jahre die hat aber noch nicht viel getan erste schiene drauf aus nachlass müssen 35 35 35 erschienen du hast eine 30er drauf aber spielt erstmal keine rolle weil der stamm ja nun mal in den machen wir ja so dass das hier für die kette spannen bevor du richtig in stamm gehst genau wir haben hier eine verstoßschraube für den deckel kettenbremse außen liegen hier sind zwei ganz großer nachteil ketten spannung von der stirnseite aus ja das ist richtig schlecht hier hast du schön von der seite schon hat übrigens die 170er auch glaube heute noch geltenspannung von vorne für mich katastrophe ja das für mich ausstelle das könnte ja weil du mit dem multi schlüssel von vorne auch immer umsetzen ja du kommst du nicht richtig an ist einfach meine meinung meine meinung also ich darf ihre eigene meinung bilden meine meinung ist das für mich ein logo hier habe ich jetzt gekauft für 60 euro aus nachlass kann ich so erzählen wie es ist über ewig kleinanzeigen ja womit also ja der typ wollte die über ewig einsetzen da hat er mich kontaktiert weil ich ihm vorher hatte ich ihn was abgekauft über kleinanzeigen da hat er mein kontakt dann hat er mich hatte mir hat er gesehen dass ich hier so viel zeug habe und habe gefragt brauchst du dies auf eigentlich nicht was soll die kosten ja 80 so weiß ich nicht ja kommen wir 60 und ich bringe die nach hause real talk war richtig die story und da habe ich gesagt für 60 euro eine säge die läuft inklusive lieferung machen wir jetzt einfach probieren wir aus oder was ist und zur not veräußert man sie wieder ganz nix sagen wir schmieren den stern noch mal ja das habe ich jetzt noch nicht gemacht genau so sagt einfach mit der guten pump presse einmal rein dann hat ein bisschen die ist super ich verlinke euch die in der video beschreibung ist echt gut habe ich auch habe ich nur die genutzt und das reicht dann schon einmal fährt rein und dann läuft der lachs nämlich und das ist sehr leise also angenehm Gleich schnell ne? Wir sehen hier ein gleich schnelles Ergebnis. Gleich schnell. Ich hatte erst ein bisschen weniger gedrückt, also fast gar nicht. Aber die Wurde muss jetzt warm werden jetzt. Das konntest du bei der Makita gut merken, dass die, wenn die warm wurde, immer ein bisschen mehr. Sehr, sehr ruhiger Lauf, auch von der Kette her, also vom Schwert her und so weiter. Wie gesagt, man muss auch sagen, der Schwert ein bisschen länger, sie muss also ein bisschen mehr Masse, wir sehen auf der Husqvarna ist ein 30er Schwert drauf und sie muss natürlich ein bisschen mehr Kettenmasse bewegen, ist klar. Die macht, also vibriert auch tatsächlich nicht doll, muss ich ehrlich sagen. Deine ja auch nicht. Die sind beide sehr vibrationsarm dafür, dass es Hobbysägen sind. Genau, die sind also wirklich, wirklich gut gefedert hier unten. Wo andere nur ein Silent Bock haben, man kann das hier schön sehen. Ja, das ist, das ist richtig gut bei der hier. Bei dieser hier ist das nur über, guck, die hat nur Silentböcke. Aber dennoch geht es tatsächlich, muss ich sagen. Macht aber trotzdem einen sehr hobbymäßigen Eindruck alleine durch sowas hier. Das ist halt, macht halt seinen Dienst, aber ist halt so ein bisschen, sieht halt nicht so stylisch aus. Aber andere haben das einfach zweifach geführt. Ja, es ist halt einfach, einfach. So wie deine hat das zweifach geführt. Ja. Kann man da auch noch mal schön sehen. Richtig. Hier ist halt einfach, ist aber nicht weiter schlimm. Funktioniert. Macht halt einen labrigeren Eindruck. Ist einfach so, meiner Meinung nach. Aber, ja, du. Funktionieren tun sie beide, ne? Genau. Und für 60 Euro. Ja, da kann es mal nichts sagen. Also, also tatsächlich, wenn ihr mal über Kleinanzeichen guckt und sowas irgendwie eine günstige Säge braucht. Gerade in der Leistungsklasse 2,3 PS ist eine schöne Leistungsklasse, finde ich. Ja. Da kann man ruhig mal gucken, ob man sowas, ob man sowas vielleicht findet. Da machst du, glaube ich, nicht viel verkehrt. Für schmales Geld. Auf gar keinen Fall. Für den Kurs. Ja. Im. 60 Euro. Eben. 60 Euro. Selbst wenn du da für 80 geben würdest, wäre es aber auch gut. Genau. Kann man machen. Ich habe da nichts dran eingestellt, ne? Nichts. Das ist super. Und auch hier wieder, weil da war ja immer Mischung drauf gefahren worden. Ja. Ne? Richtig. Also, und was für eine Mischung, Alter. Das Ding qualmte und steifblau. Und was habe ich gemacht? Benzinleif gekippt. Sonderkraftstoff rein darf man ja. Aber sollte man normalerweise nicht machen, weil das ja eventuell Probleme geben kann, dass da irgendwelche Kohle-Stücke sich lösen durch den Zylinder, natürlich waren dann Kolbenfresser, etc. War mir egal. Ich denke, entweder gut oder tot, so sagt man auf Plattdeutsch. Entweder gut oder tot. Oh, das lief. Hat funktioniert. Ganz eiskalt. SK rein. Sonderkraftstoff. Ja, werden wir heute noch ein paar Stunden mit Sägen denken. Ja. Dann lass mal sagen, also wir machen es noch ein bisschen und melden uns dann später nochmal wieder. Wir wollen mal ein bisschen warm werden jetzt hier. Ja. So, ich nehme euch nochmal mit. Ich habe da hinten eine schöne Eiche gefunden. Die ist schon umgeweht. Da hinten sieht die Enno, fleißig wie immer. Fein mit seiner neuen Echo. Ja, das Ding ist super, ne? Also für so eine kleine 1,5 Kettensäge. 1,5 RS-Kettensäge. Mega geil. Ja. Ihr seht, ganz schön weiß hier heute, ne? Mach das Laufen nicht ungefährlicher hier. Aber wenn du nur den Samstag hast, dann musst du nehmen, was kommt. Einmal durch den Robin. So, und dann hier haben wir eine fette umgewehte Eiche. Man sieht, ich zeig das mal. Selbst mit dem Schwert. Also ich denke mal 65, 70 plus hat das Ding. Ich bin schon mal ein bisschen angefangen. Stell die Kamera ab. Lass euch ein bisschen teilhaben. Oh. 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 Die 62 hat hier auch schon echt Probleme mit, also das ist schon ordentlich. Die 62 hat hier auch schon recht. Die 62 hat hier auch schon recht. Das bockt! Auf jeden Fall Leistung ohne Ende, ihr merkt, dass die gar nicht von den Touren runter, die haben einfach Bock. Aber Eiche ist auch Endgegner. Also ich wüsste nicht, wie sie dann reagiert, wenn sie eine 1,6er Kette drauf hätte oder so. Aber so läuft schon grandios, macht schon echt Spaß. Übungsende! Oh, Sprit auf! Ich muss sagen, wenn du das jetzt so schneidest, das war jetzt eine Viertelstunde. Diese fetten Eichentaler, dann ist auch schnell Übungsende im Tank. Also dann muss ich ganz ehrlich sagen, saufen die Großen auch. Wobei, man muss auch ganz ehrlich sagen, da ist auch eine Menge Holz. Also aus einem so einem Taler, zwei Taler ist eine Schubkarre voll. Da werden nachher wohl fünf, sechs Meter zusammenkommen auf so einem Baum. Jo, ich muss tanken. Im Stamm ausgegangen, ne? Ja, so einfach ein Loch. Geht, oder? Was geht da rein? Weiß nicht. Ein halber Liter oder so? Mit die große Sode gehen, glaube ich, 750 Milliliter. Ja, 400-500 Milliliter. Hält aber auch nicht länger, wie mit der. Milliliter, würde ich schätzen. Aber da muss ja auch was kommen, ne? So ist gut. Kraft, jo. So ist schön. Kraft kommt vom Kraftstoff, ne? Hier ist aber auch noch nicht ganz drin. Ja, ein paar Mal durchziehen, hast recht. Da war noch ein bisschen Späne drin, aber geht. Aber geht. Alter, ist das kalt, wenn du hier stehst, ne? Heftig, ne? Ja, das ist der Wind. So ein Grad, ganz klar. Aber ist schön. Deswegen ist es nicht ganz so matschig. Da vorne sind die Stämme trocken, also das Holz ist trocken oben. Und hier, ja, wir müssen gleich mal zeigen, wenn wir hier rausfahren. Wie das von außen aus sieht, möchte ich gerne mal sehen auf Kamera. Ja, kann ich ja filmen gleich. Kannst du filmen. So, ich habe übrigens die 230er mitgenommen dahinten, weil ich da ein bisschen was fällen muss. Legende. Legende. Mal gucken, was die sagt. Ich habe sie noch nicht wieder gestartet. So. Hier wird die aber auch warm, oder ist das hier? Ich glaube, das ist Holzschmatze, ne? Und dann mit Hitze. Achso. Stimmt, kann sein. Holz. Früher sind die da immer abgekuckelt, weißt das? Die alten Stiele. Ja. Da haben die jetzt so ein Element drin, siehst du das? Das ist ja hier Metall. Stimmt. Das ist Metall. Beziehungsweise irgendwie Legierungszeug. Ja. Aber die hat das wieder anders. Ja? Ja. Ich weiß das nur über der 310. Die ist da ein bisschen angekuckelt. Spaß. Auf dem Stück da gegenüber, wie ihr da seht, sind wir fertig. Jetzt sind wir hier. Im Stück. Sieht quasi ähnlich aus. Und äh. Wo war ich da gerade schon am sägen? Hier am Rand, am Graben. Liegen die ganzen Stücke schon. Sowas hier, das waren wir natürlich nicht. Das waren die früher mal irgendwann. Ja. Hier liegt ganz viel Totholz. Altes Zeug. Macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Jetzt steht hier eine Buche. Das sind übrigens meist alles Buchen hier. Auf der anderen Seite waren ja mehr oder weniger Ahorn. Hier ist alles Buche. Alter Sebastian, die 261 ist so laut. Das ist Wahnsinn. Ja. Und äh. Das gleiche Spiel geht bis da hinten hin. Also sind ordentlich Bäume da hinten. Sind auch mehr oder weniger Birken. Geisteskrank, wie laut das Ding ist, oder? Das ist echt Wahnsinn. Ja, so langsam kommt ein bisschen Wind auf. Es ist nachmittags. Das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Äh. Da müssen wir mal gucken, dass wir den hier umschmeißen. Da bin ich jetzt die ganze Zeit schon am gucken. Weil so wirklich fallen. Schönsten wäre natürlich die Richtung. Aber da will er garantiert nicht hin. Was heißt garantiert? Weil er will glaube ich eher die Richtung über den Graben. Werde ich das wohl auch machen. Platz hat er da. Geht nicht viel kaputt. Dann leider über den Graben. Ist natürlich immer noch nicht. Oder ich versuch's da hin. Aber wenn ich mir den Baum so angucke. Und stelle mich hier ran. Dann. Naja. So eine 50-50 Chance. Weil er hier halt so nochmal so ein bisschen komisch gewachsen ist. Ich versuch's dann den mal da hin zu kriegen. Mal gucken ob's mir gelingt. Ich nehm dazu die 230er Stiel. 2,7 PS. Und werde sie jetzt mal wieder benutzen. So. 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 Um. 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 So, da ist mir die Kette abgeflogen gerade eben, habt ihr vielleicht gesehen. Ich habe da eine Kette drauf, die gefällt mir sowieso nicht. Und die springt wie Sau, Sägenspezie, meiner Meinung nach, springt die gerade, wenn du den Feldkeil machst, dann springt die wie Sau. Ob es so eine Kette liegt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das schöne jetzt an meiner Schnellspannsäge, dass ich jetzt mitten im Ball stehe, kein Werkzeug brauche und kann die einfach wieder drauf montieren, die Kette. So, wieder über den Sternen hier. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich die Oregon Schiene drauf habe und Sägenspeziketten, kann auch sein. Ich werde jetzt keinen verurteilen. So, die Kette ist wieder drauf, die hat ja auch so eine komische Form, die Sägenspezikette, seht ihr das hier noch? Da hat die immer so Reiter noch, die kenne ich von anderen Ketten irgendwie nicht. Das ist ein Patent von denen wahrscheinlich, denke ich. Sonst ist die schön scharf. Kannst nichts sagen. Eines, was mir halt auch gefallen ist mit dem Springen, gerade bei diagonalen Schnitten beim Feldkeil zum Beispiel. Da fängt sie an zu hüpfen und beißt sich fest. Das war gar nichts. Wie gesagt, kann sein, dass das an der Kombination Oregon, Schwert, Sägenspezikette liegt. Weiß ich nicht. Ich habe da ja auch noch eine Original Sägenspezikette, Schwert für oder Schiene. Die habe ich halt wie gesagt noch nicht benutzt, weil ich ja erstmal die gebrauchte aufschleißen wollte. Naja, ich mache auf jeden Fall erstmal weiter mit dem Zerlegen und werde dann da hinten weiter sowieso gleich die Echo nehmen. Aber sonst, also von der Vibration her ist natürlich die 230 eine Hobbysäge. Das sagte mein Vater auch. Kann man immer ganz schön daran erkennen. Hobby, Semi-Profi. Das kann man immer daran erkennen. Orangener Griff. Bei Stil, so hat mein Vater mit das erklärt, ist immer Hobby oder Semi-Profi. Alles, was einen Creme oder beigefarbenen oder weißen Griff hat, ist Profisäge. So hat mein Vater das erzählt. Mein Vater sagte, alles steht mit weißem Griff kannst du kaufen, alle anderen nicht. So sagte er. Ja, okay, gut. Wusste ich damals auch nicht. Wobei, wie gesagt, die ist ja alles sehr super. Also die 230er, gerätfreudig, einmalig. Also Power im Stamm für die Größe, Weltklasse, wie die abgeht. Da kommt einem immer vor, als wenn die frisiert ist. So sieht das immer so. Die hat richtig Leistung. Macht doch richtig Spaß. Die vibriert halt ein bisschen mehr wie die anderen Sägen. Aber mein Gott, für das was wir machen, alles gut. So, ich schmeiße die wieder an. Ihr habt gesehen, das ist der Vorteil bei diesem Schnellspannsystem. Ohne Werkzeug kann man einfach mal schnell wieder die Kette draufschmeißen und dann geht's weiter. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Wobei, wir haben auch hier so ein Fach für einen Sägeschlüssel. Aber wir haben Sebastian und ich beide die gleiche Hose. Und ich weiß nicht, wie oft wir schon diesen Schlüssel verloren haben. Und seitdem gehen wir es auf. Da liegt immer beim Kanister dahinten, beim Auto oder irgendwo haben wir dann unsere Station, wo wir dann unsere Sachen unterbringen. Und da liegt dann auch der Schlüsselwall. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Schlüsseln schon eine Wahl verloren haben. Ich hab die schon rot, ich hab die Neonfarben gestrichen. Manchmal findest du sie wieder, aber ganz oft auch nicht. Ich hoffe, Sie müssen zu So, zwischenzeitlich, wenn man am sägen ist, haben wir aber schon immer gemacht. Einmal diesen Erdmännchen-Move, einmal so gucken, was macht mein Kollege da hinten und mit der Säge und hier gehörst du, das hörst du natürlich auch nicht seine Säge. Deswegen musst du dann gucken, aber er hat ja auch immer einen Leuchthelm auf, genauso wie ich und das hilft dann schon. Da siehst du schon ganz gut, ob sie da hinten noch was bewegt. Sonst muss man da mal ganz schnell mit drei großen Schritten hin. Deswegen sehen wir auch immer zu, dass wir nicht allzu weit auseinander sind. Wir sind jetzt irgendwie 50 Meter auseinander, dass man da mal schnell rüber gucken kann. Aus der Sicht sollte man seinen Waldkollegen nicht lassen. Haben auch welche dann vorgeschlagen, ja hier kauft euch mal dieses Steel Command oder so heißt das. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das ist glaube ich, hier im Gehörschutz hast du dann hier Gehör-Lautsprecher und dann hast du halt wie so ein Pilot quasi ein Mikrofon, dann kannst du dich unterhalten. Kostet, ich glaube, pro Stück 450 Euro. Also bist du irgendwie 1000 Euro los, mehr oder weniger, für dieses System für zwei Leute. Grundsätzlich auch eine coole Idee, aber ja, wirst du noch mal ausprobieren. Aber es ist viel Geld halt auch. Aber natürlich ist es dann sicherer. Du kannst da mal kurz hier helfen, mal kurz hier Säge eingeklemmt. Breko breko. Oder hier, ich klemm, was du siehst. Ich komme nicht weiter. Kannst du mal kurz helfen oder was? Mit anpacken. Das ist natürlich eine geile Sache, aber 1000 Euro dafür ist natürlich auch, boah. Das ist schon krass. Musst du mal gucken. Vielleicht gibt es auch günstigere Alternativen. Könnt ihr immer mal schreiben. Ich bin jetzt so in dieser Motorradfahrerschiene am überlegen gewesen. Da gibt es ja auch so Helmeinsätze oder was für Gehirsch, also für Motorradhelme. Könnte man ja hier auch einen einbauen. Das Ding ist aber, dass du dann halt, ja, mit der Lautstärke von der Säge verstehst du auch gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt gehen soll bei dem Stilsystem. Ob das dann auch funktioniert, wenn du am Sägen willst, kann ich mir ja kaum vorstellen. Oder ob du dann Knopf drücken musst, dass du dann funken kannst. Ja, wird wahrscheinlich so sein, dass du eine Taste drückst und dann kannst du dann reden. Lässt du los, ist wieder Ruhe. Sonst hört der andere ja die ganze Zeit eine Säge. Das wäre natürlich äußerst nervig. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Na ja, ich habe auf jeden Fall das ganze Ding hier klein gesäbelt. Müssen wir dann mit unserem Waldtaxi abholen, sprich AKPanzer. Ja, ihr seht, ich habe noch genug zu tun. Ich merke mich dann gleich wieder, wenn Feierabend ist. Allzu lange ist auch nicht mehr. Wird schon wieder dunkel, ne? Denn hier ist El Macho am Stissel. Oha, ich kann hier gar nicht laufen. Man sieht das hier vielleicht. Der ist echt übel am Schlüssel. Aber so ein Ranga, der kommt doch durch. Oh, der hast du aber auch gebraucht jetzt. Ja, den Ranger. Ah, Allrad, ja. Alter, du hättest ein bisschen eher, glaube ich, reingemusst oder willst du einfach... Ich weiß auch nicht. Soll ich da rein, oder? Ja, besser ist das, ne? Soll ich da rein, oder? Ja, das letzte Mal auch. Oder hier. Geile Karre, Alter. Gerade. Ja, so sieht gut aus. Jo, moin. Ich würde mal sagen, da ist die Karre zu Hause. Also, das ist schon ein Nicenstein. Das kenne ich beim Bund auch nicht besser. Von den Kisten. Dann macht das schon gut, ne? Andere machen da eher mal Puste... Blasen da eher mal die Backen auf. Da hast du gewollt, und dafür ist er auch gebaut. Der hat nichts anderes. In der Stadt bringt dir so ein Ding nichts, ne? Genau. Denn der ist nicht gebaut, um dann mit dem Kinder zum Kindergarten zu fahren. Sondern... Der muss hier was können, ne? So wie man sieht, muss da auch mal ein Hofdruckreiniger danach dran. Obwohl, ich finde, es geht noch. Aber er macht das wirklich gut. Er teilt sich gut auf. Ja, ne? Gut, die Leistung kommt natürlich, wenn du viel Leistung hast, kommt Leistung auch abrupt. Ja. Das ist klar. Aber er regelt ganz schön ein und sperrt sich dann auch schön, ne? Voll gut gemacht. Machst du schon gut, ey. Ich hab ja auch noch hinten eine Differenzialsperre hab ich gar nicht gebraucht. Und ich wollte gerade sagen. Und das ist sowas, ich sag dir das, so ein 250 GD oder so. Oder so eine G-Klasse, die macht das auch nicht anders. Nö. Die macht das nicht anders. Da kannst du noch ein bisschen mehr sperren, wahrscheinlich. Ne. Ja klar, vorne und hinten kannst du sperren, klar. Aber die macht es trotzdem nicht besser. Trotzdem dreht ja immer irgendwas durch. Richtig. Hat Spaß gemacht. So, wir düsen los, oder? Haben wir Feierabend ja, ne? Ja, nicht so gar wie eine Kartoffel, ey. Gar wie eine Kartoffel, sagt er. Also machen wir jetzt Feierabend und ja, wir haben wieder unsere Sägen eingeladen. Aber Feierabend haben wir uns auch verdient. Also wir waren heute schon 10 Meter, 15 Meter, kommst du gar nicht mit hin. Nee, kommst gar nicht mit hin. Kannst du mal schlecht schätzen, dass das andere auf dem Boden geht. Allein deine ist ja schon 6 Meter. Ja, die Eiche da. Wahnsinn. Alter. Naja, so. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lass gern ein Like, Abo da. Ja. Und bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao. Tschüss. Yeah.